Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und des Mondes, herzlich willkommen zu meinem Video über den aktuellen Mondzyklus im Juni. Vielen Dank für eure positiven Rückmeldungen aus dem Mai. Sie haben mich ermutigt, die Mondzyklusreihe weiter fortzusetzen. Schaut euch bitte zur Ergänzung des Mondzyklus auf jeden Fall auch die kosmische Schwingung im Juni an, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, denn darin bin ich ausführlich auf die wichtigen Konstellationen des Monats eingegangen. Außerdem verlor sich diesen Monat auch wieder einen schönen Preis in der kosmischen Schwingung. Auch deshalb lohnt es sich, dort vorbeizuschauen. Wie auf magische Weise verbinden sich in diesem Monat die herausragenden Aspekte des Monats jeweils mit den Lunationen, also den Mondphasen. Es ist, als würde der Mond den Konstellationen noch einmal seinen eigenen seelischen Stempel aufdrücken. Der Mond steht ja im Horoskop für unsere Seelenkräfte und unsere instinktiven Reaktionen. Und so, wie sich die Mondphasen zeigen, pulsiert unsere Seele im Rhythmus des Mondes. Deshalb lohnt es sich, die Mondphasen bewusst zu erleben und in Verbindung mit dem persönlichen Erleben zu setzen, also das, was uns widerfährt, damit wir uns selbst und unsere Mitmenschen besser verstehen. Hier seht ihr das Horoskop des Neumondes vom 3. Juni um genau 12.01 Uhr. Er findet statt in den Zwillingen und ist interessant für alle, die besondere Zahlenkombinationen mögen. Der genaue Grad dieses Neumonds, also Sonne und Mond an dem Tag, ist genau 12 Grad, 33, 44, also 12 Grad, 33 Bogenminuten und 44 Bogensekunden auf dem Tierkreis. Die Zwillinge stehen ja für den Intellekt und die Macht des Wortes und insofern auch für das geheime Wissen um Zusammenhänge und Symbole. Und dieser Neumond liefert reichlich Stoff für die Erforschung geheimer Zahlenmagie. In den Zahlen seines Tierkreisgrades, also der 12, der 3 und der 4, entdecke ich zum Beispiel die alchemistischen Zahlen des Tierkreises, die 12 Tierkreiszeichen, die 3 Qualitäten und die 4 Elemente. 4 mal 3 ist 12, das entspricht den 12 Zeichen oder auch den 12 Monaten des Jahres. 4 plus 3 ist 7, das entspricht den 7 Wochentagen, die den 7 klassischen Planeten von Sonne bis Saturn zugeordnet sind. Ich habe diesem Thema ein Kapitel in meinem Buch Geheimnisse der Astrologie gewidmet, das könnt ihr ja dort mal nachschlagen. Die Quersumme dieser interessanten Gradzahlen ist übrigens die 8 und die wird in der klassischen Numerologie mit Saturn in Zusammenhang gebracht und Saturn spielt, wie wir gleich sehen werden, in diesem Mondzyklus eine besondere Rolle. In diesem Neumond sind die herausragenden Konstellationen aktiv, die sich im Mai schon aufgebaut haben, nämlich Saturn und Pluto auf der Mondknotenachse und in positiver Verbindung dazu hier der Neptun in den Fischen. Ich habe das so gedeutet, dass Neptun uns dabei hilft, auf eine intuitive und einfühlsame Weise zu verstehen, welche Herausforderungen sich uns in dieser Zeit durch unser Karma stellen. Noch bis Ende September haben wir diese Konstellation mit Saturn auf der Mondknotenachse, die uns mit den Konsequenzen aus unserer Vergangenheit bzw. sogar unseren vorherigen Inkarnationen verbindet. Ich habe tatsächlich auch im Alltagsleben beobachtet, dass jetzt gehäuft Situationen auftreten, bei denen ich genau zuordnen kann, welche meine eigenen Aktionen der Vergangenheit dazu geführt haben, dass ich bestimmte Situationen jetzt erlebe. Das hilft mir sehr, solche Ereignisse zu verstehen und damit achtsam umzugehen. Im positiven Falle kann es zum Beispiel auch heißen, dass wir jetzt die Lorbeeren ernten können für das Gute, was wir gesät haben. Denn Karma muss nicht immer nur negativ oder schwierig sein. Karma heißt ja nur, dass unsere Aktionen Konsequenzen in der Zukunft haben. Und indem wir hier und jetzt verstehen, wie wir selbst die Gegenwart durch unser Verhalten in der Vergangenheit gestaltet haben, können wir natürlich auch daraus wichtige Hinweise erhalten, wie wir jetzt unsere Zukunft beeinflussen können. Das Interessante an dieser momentanen Zeitqualität ist, dass man das jetzt so konkret und bewusst erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Karma war sonst immer ein relativ abstrakter Begriff für mich. Aber zurzeit zeigt sich mir das ganz deutlich und nachvollziehbar im täglichen Leben. Jetzt haben wir aber noch einen weiteren Aspekt, der genauso wichtig und einflussreich ist, wie der Karma-Aspekt mit Saturn und der Mondknotenachse. Nämlich hier das Quadrat zwischen Jupiter und Neptun. Es beeinflusst das ganze Jahr 2019 zwischen Januar und September und im Juni erleben wir jetzt die zweite und intensivste Passage dieses Quadrat. Jupiter ist der Planet der Hoffnung und der Pläne und Neptun steht für den Wunsch nach Verschmelzung und Verbindung mit allem, was ist. Aber Jupiter ist auch der große Übertreiber und Neptun der große Verführer. Wenn diese beiden Planeten eine Spannung zueinander bilden, dann verlieren wir leicht die Bodenhaftung. Das fühlt sich dann ein bisschen so an, wie eine große Sehnsucht nach der heilen Welt. Und die Schwierigkeiten und Herausforderungen der Realität werden als schmerzhaft und unerträglich empfunden. Deswegen ist das auch ein Sucht- und Fluchtaspekt. Man möchte sich in eine heile Welt flüchten und vor der Realität die Augen verschließen. Jetzt ist aber das Gute, dass Neptun gleichzeitig auch in positiven und konstruktiven Aspekten zu Saturn, Pluto und der Mondknotenachse steht. Und zu Neumond bildet die Venus hier von der anderen Seite ebenfalls zwei positive Aspekte zu Saturn und Pluto. Venus und Neptun. Das sind beides die Prinzipien der Liebe und der Verbindung. Neptun von einem spirituellen Standpunkt aus, die Venus ganz konkret im Alltag, in unseren täglichen Beziehungen. Das heißt, die spirituelle und persönliche Liebe findet Wege, sich auf dem Boden der Realität zu manifestieren. Wenn wir ins Vertrauen gehen und uns auf das Machbare und auf unseren persönlichen Rahmen konzentrieren, können wir in diesem Monat dazu beitragen, unsere Welt ein klein wenig besser und heiler zu machen. Dieser Gedanke wird durch das erste Mondviertel am 10. Juni noch mal ganz besonders bekräftigt. Es beinhaltet ein ganz spezielles Aspektbild. Der Mond wird in der Jungfrau stehen und bildet damit ein umlaufendes Quadrat zu Jupiter, Neptun und der Sonne. Und jetzt ist sozusagen der Aspekt der Weltflucht und der unrealistischen Träume auf dem Höhepunkt. Gleichzeitig bilden die Planeten aber hier miteinander dieses blaue Viereck. Das ist ein sogenanntes Rechtschaffenheitsviereck. Das bedeutet, es ist möglich, die kosmischen Spannungen auf konstruktive Weise auszudrücken und in eine positive Energie umzuwandeln. Beteiligt ist dabei auch der Mars. Und wenn der Mars positiv zu Neptun steht, bedeutet das eine große Kraft und auch einen Antrieb, aktiv zu helfen und für diejenigen da zu sein, die Hilfe oder Problemlösung brauchen. Da sind dann wieder mal die Evolutionsagenten gefragt. Und sicherlich werden auch die Menschen, die spirituell und intuitiv arbeiten, in diesem Monat eine sehr große Rolle spielen und mit ihrer Energie zum Ausgleich der Spannungen beitragen. Trotzdem werden auch diejenigen, die mehr versprechen, als sie halten können, in diesem Monat viel Auftrieb bekommen. Der Neumond in den Zwillingen steht ja wie gesagt für die Kraft der Worte. Und Worte können in diesem Monat auch sehr verführerisch sein. Vieles klingt dann wunderschön, ist aber leider nicht die Wahrheit. Das zeigt vor allem die Konstellation des Vollmondes am 17. Juni um 10.30 Uhr. Die Sonne steht dann in den Zwillingen und der Mond im Schützen und beides aktiviert die Spannung zwischen Jupiter und Neptun, also den Hang zum Träumen und auch dazu, sich vor unangenehmen Erkenntnissen in die eigene Vorstellung der heilen Welt zu flüchten. Und dann drohen eben Enttäuschungen oder in der Liebe auch Liebeskummer. Aber gleichzeitig hat ja Neptun weiterhin diesen guten Aspekt zu Saturn und Pluto und zu Vollmond auch noch gleichzeitig zu Mars und Merkur. Und das bedeutet, wenn wir der Wahrheit einmal ins Gesicht geschaut haben und sie akzeptiert haben und vielleicht auch damit verbunden unsere Ängste und unsere Schwächen akzeptieren, dann werden wir handlungsfähig und wissen dann auch intuitiv, was zu tun ist. Der Schlüssel zum Glück in diesem Monat ist, dass wir uns trauen, eine Brücke zwischen unseren Träumen und Sehnsüchten und der Realität, der nüchternen Realität zu bauen. Das ist im Grunde auch unsere Aufgabe. Und wenn wir unangenehme Wahrheiten verdrängen und verleugnen, was halt die Gefahr ist bei diesem Illusionsaspekt, dann laufen wir Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen, die dann wieder unsere Zukunft im Sinne des Karmas negativ beeinflussen. Wenn wir uns aber der Realität stellen, bekommen wir auch den Zugang zu unseren intuitiven und seelischen Kräften, die uns dabei helfen, die richtige Entscheidung zu fällen. Und das ist halt in diesen Zeiten des Karma-Aspektes extrem wichtig, denn wenn wir jetzt unnachtsam und leichtsinnig handeln, kann das größere Folgen in unserer Zukunft haben. Das abnehmende Mondviertel am 25. Juni erzählt dann erneut eine hochinteressante Geschichte, denn da verbindet sich der Mond im Widder mit Chiron und es baut sich ein Harmonieaspekt zwischen Chiron, Mars und Merkur auf, der dann zum nächsten Neumond exakt wird. Gleichzeitig steht auch die Sonne, die dann in den Krebs weitergewandert ist, positiv zu Uranus und zur Lilith. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es uns gelingen kann, zu außergewöhnlichen Lösungen zu finden und Außenseiter zu integrieren, indem wir nämlich feststellen, dass gerade Menschen, die uns fremd erscheinen und denen wir vielleicht ablehnend gegenüberstehen, besondere magische Kräfte einbringen oder über besondere Gaben verfügen, die zur Bewältigung von Herausforderungen beitragen. Gleiches gilt für unsere inneren Schattenseiten. Gerade unsere Schwächen werden uns zur Erkenntnis und zur Heilung führen. Die unerschrockenen Evolutionsagenten, die sich den sozialen Problemen stellen und als Aktivisten für eine bessere Welt einsetzen, werden sich dann Gehör verschaffen. Mit diesem abnehmenden Mondviertel klingt dann auch der Aspekt zwischen Jupiter und Neptun langsam wieder ab und wir erleben eine Zeit der Klarheit und der Durchbrüche. Der nächste Neumond im Krebs am 2. Juli ist dann eine totale Sonnenfinsternis. Das ist dann auch wieder irre spannend und zeigt uns, dass die Zeitqualität der karmischen Erkenntnisse und Verknüpfungen weiter anhält. Aber darauf gehe ich dann in meinem nächsten Video über den nächsten Mondzyklus ein. Das waren meine Gedanken zum Mondzyklus im Juni. Wenn ihr mehr über die Konstellationen wissen wollt, die ich hier angesprochen habe und die das ganze Jahr 2019 beeinflussen, dann schaut euch doch bitte diese Videos noch an. Abenteuer und Verheißung, da geht es auch um das Quadrat zwischen Neptun und Jupiter. Mehr zum Thema Karma und Mondknoten erfahrt ihr in dem Video Finde Deine Heimat und bitte auch die kosmische Schwingung für den Juni nicht verpassen. Da könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.